Hallo Leute und yo, wir sind hier gerade wieder, diesmal wieder hier zu zweit, ähm... Ja und ich bin mal wieder voraus. Ja, du bist halt einfach zu gut für diese Welt. Entschuldige. Ach, die wollen mich verarschen. Oh Gott, ey, ich muss mich gerade ein bisschen beherrschen, sorry. Den olympischen Fackellauf haben nicht die alten Griechen, sondern erst die Nazis erfunden. Was für ein Ding? Den olympischen Fackellauf haben nicht die alten Griechen, sondern erst die Nazis erfunden. Ja? Echt jetzt? Okay, das ist... Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das ist... Das ohne zu wissen ist nicht jugendfrei, das lasse ich lieber. Im Ernst? Ey, jetzt schrei... Ey, ohne Witz, da werden 10.000 Kommentare drunter stehen. Okay, nee, wahrscheinlich nicht, aber ein paar wenigstens, dass du es vorlesen sollst. Lass einfach die schlimmen Wörter weg, dann geht das alles. Okay, sexueller Lustgewinn im Zusammenhang mit... Bip, heiß Kokofolie. Nein, mit Scheiße. Nee, Koprophilie. Was? Was bitte? Two girls, one cup. Was bitte? Nochmal, 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 ey, ich hab's nicht... Sexueller Lustgewinn im Zusammenhang mit scheiße, heiß Koprophilie. Wer denkt sich denn sowas aus? Two girls, one cup. Oder die Wissenschaft von der Dummheit heißt Morologie. Was für ein Ding? Die Wissenschaft von der Dummheit heißt Morologie. Morologie, da mach ich mit. Ich bin da übrigens. Now you have to go up there and visit your only friend. Okay. Oh, da ist einer, da ist einer. Hi, Kumpel. Ey, das sind voll viele. Ja, die standen da alle irgendwie oben rum, die hab ich alle weggehauen. I'm just trying to make cake, not special. Oh, das ist ja Assi hier nicht für uns, oder was? Das ist ja mega Assi, wo geht's weiter? Äh, da, wo diese ganzen Holz... Jo, das wär mal nicht schlecht. Ups, ich weiß nicht, ich seh die Dinger irgendwie vollständig, egal, ich bin blind, das ist eh klar. Ist eh allenbewusst, ne? Warte mal, da geht's aber doch hinten noch weiter, da geht's noch weiter. Nee, das ist nur so ein Aussichtspunkt. Sicher? Okay, du warst schon da, oder was? Nein, ich stand hier nur 10 Minuten dumm rum. Okay, ähm... Oh Gott. Hoppa, wow, perfekt gekriegt den Sprung. Alter, ich schaff das grad nicht mehr und ich bin grad eben voll weit gekommen. Ich bin auch übel weit. Ich bin nämlich ganz gut. Sorry, das... Ey, warum stehen da... Warum stehen da Leute, ey? Das frag ich mich, hau die mal weg. Diesen Jahr mega, als ich... Ach, du hast schon die erste Hälfte runtergehauen, oder was? Ja. Dann bist du aber echt so weit gekommen, Alter. Hajo? Ho, ho, ho. Aber jetzt schaff ich's überhaupt nicht mehr. Da kommen gleich ein paar Bauern geflogen. Nein, 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 verarsche! Ey, ich glaub, ich geh gleich ein paar Bauern töten, Mann. Ich hab jetzt grad Krise. Egal, nochmal. Ich hab erst Krise, ich komm hier nicht... Oh Gott, ey, da kriegt man doch echt irgendwie W und S-Krämpfe, oder? W und S? Was? Ach so. Mittelfinger-Krämpfe, kann man auch sagen. Weil irgendwie... Ich mach grad nur... Okay, Leertaste auch, aber... Ich mach immer Doppel-W und dann wieder S. Doppel-W... Ja. Ey, das ist irgendwie nervt. Was ich hasse, wenn man dann so einen leichten Sprung verkackt. Wie ich grad schon wiederfasse. Geh weg, Frau. Geh weg, Mann. Ey, Alter, will der mich verarschen? Ich hab den grad auf den nächsten Punkt... Ich hätte dazwischendurch irgendwie einen Checkpoint aufgebaut. Ich hab den grad auf den nächsten Punkt geschuckt. Oh, ich hab's, ich hab's. Na, wer ist... Oh, scheiße, scheiße. Nein! Ey, willst du... Ey, ey... Alter! Bitte, bitte passiert es, Max, auch, okay? Nein! 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 Ey, es gibt was viel Schlimmeres als das, was dir grad passiert ist. Du Bugs in dem Teil drin. Nein. Noch viel schlimmer. Ich sag's jetzt noch nicht, vielleicht siehst du es später. Scheiße, ist das, Assi. Na, ich bin beim letzten Sprung runtergeglitscht. Das ist auch kacke. Ja, aber das meins ist noch bitterer, Mann. Hä? Vor allem, ey, weh, ich verreck jetzt. Egal, die, die Bauern verrecken nicht, das verreck ich auch nicht. Ab welcher Fallhöhe verreckt man eigentlich? Schon... Hä, Per, was war denn bei dir? Nicht oben? Nein. Siehst du gleich, wenn du oben bist, ey. Wenn wir es je nochmal schaffen. Alter, ich war so weit. Ich war schon oben, also... Boah, wird's Nacht oder so? Das nervt mich jetzt. Nein! Zu doll Wege drückt, Mann. Äh, es. Also zurücklaufen. Für die Leute, die gerade... Okay, jeder hat eine Tastatur vor sich. Verarsche. Sollte man eigentlich... Ja, wie soll es sonst gehen, äh, sonst kriegst du ja gar nicht, oder? Gibt's komp... Nee, nee, okay, gibt's nicht. Man muss eine Tastatur... Ah, okay. Es gibt sowas wie... Das nennt sich Smartphones. Ja, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich bin nicht blöd. Jetzt geh weg, blöder Bauer. Da ist noch drin. Da bin ich nämlich reingefallen, ey. Weißt du, wie assi das ist? Und dann steht da noch so schön... Trololololololol! Und da kriegt man Aggression, Mann. Parcours und Cactus. Hast du den Hebel da schon umgelegt? Nein, hast du nicht. Mach mal, mach mal. Mach mal, vielleicht kommt dein Checkpoint. Jawohl, Mann. Ah! Ja, Per, du darfst ihn sogar offiziell verwenden. Du hast es ja geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin in dieses Kack-Trololololololing gefallen, ey. Bitch, please! Oh, weh, ich hab's lauf jetzt noch. Das wär nämlich auch super. Ähm, so, wo kommt denn hier raus? Ach, du hast noch solche Teile von mir. Ja, genau. Ey, Kack-Trolololololololol. Ey, wo bist du? In dem Haus drin. Oh, yeah. Boah, schön essen. Gib mir mal... Essen? Wofür will ich Essen haben? Oh, verpackte schöne Türen. Wie Bars. Oh, yeah. Und was sonst? Achso, hier geht's weiter. Geht's weiter. Boah. Angeber steht da. Yes, you can jump. Ja, aha. Okay. Hey, wo? So, und dann so. Ja. Und dann da drüber. Geht's für mich verarschen. Das geht sogar. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist übrigens... Finde ich gut, dass das so irgendwie gemacht ist. Finde ich... Ey, du schaffst grad nicht mal den, oder was? Das ist ja auch nicht mehr, aber egal. Das sagen wir keinen. Jetzt hat... Ähm... Äh, das ist bitter. Achtung. Ey, auch Kacke. Welch nimmst du? Spring doch mal. Ich spring doch mal. nach. Hä? Oh, ey, warum? Nichts egal. Ne, da musst du später erst denn. Ach, das ist wieder so ein halbunmöglicher Sprung. Ich hab ihn vorhin auf Anhieb geschafft. Und jetzt schaffe ich natürlich gar nicht mehr. Ich springe durch. Warte. So. Jawohl. Und... Jawohl. Und jawohl. Und jetzt? Scheiße, das bugt grad. Das darf man nicht hoch machen. Habts auch gesehen. Hm. Ja, bin oben, bin oben, bin oben. Wuhu. Wie hast du das da geschafft? Da, das halt. Übelst, du musst übelst spät abspringen. Ziemlich in der Ecke erst. Also echt verkackt spät. Zwar, das war knapp, aber es war ein bisschen zu früh noch. Ähm, ich mach einfach mal weiter. Weiter hier. Die Höcker in der Bordbar der 50er-Jahre-Jacht. Christina O. Christina O. Okay. Des Räders... Hört sich nach einem Pornostar an. Was? Hört sich nach einem Pornostar an. Er ist... Er ist... Er ist... Was? Okay, Aristoteles und Nachos sind mit der Vorhaut von Walpenissen bezogen. Was? Alter. Was ist mit der Vorhaut von Walpenissen bezogen? Alter, die Hocker in der Bordjacht. In der Bordbar in der Jacht halt. Alter. Wurst? Der denkt... Egal. Ähm, weiter. Ne, weiter geht's. Darüber überlegen wir jetzt gleich lang. Ähm, die Schutzheilige der Wursthersteller ist die Heilige Rita. Die Heilige Rita? Es gibt echt zu viel auf dieser Welt, oder? Ja, unnützes Wissen. Oh, das ist... Das ist gut. Das finde ich interessant. Die Gesamtfläche der Lungenbläschen entspricht der Größe. Also Lungenbläschen, für die, die es nicht wissen. Lungenbläschen, denn die Dinger... Okay, ich erkläre das jetzt mal voll unbiologisch. Äh, Lunge kennt jeder. Ja, ja, die Bio-4 ständig. Lunge halt. Und dann sind da so kleine Bläschen drin, die halt den Sauerstoff aufnehmen. Und das sind die Lungenbläschen. War das gut erklärt? Das war gut erklärt. Und wie groß sind die, Max? Keine Ahnung, ich habe kein Bio-4 ständig. Wie groß sind die, insgesamt die Fläche? Gesamtfläche? Ich sag so groß wie ein Auto. Das ist das für eine Maßeinheit. Du musst Quadratmeter so ungefähr sagen, halt. Du bist eine Hälfte von einem Fußballfeld? Ich bin so groß wie ein Tennisplatz. Kein Plan, wie groß ein Tennisplatz ist, aber... So groß wie ein Tennisplatz. Also, schon groß. Ja. Simon und Graf Funkel nannten sich in ihrer Anfangszeit Tom und Jerry. Werden sie mal bei geblieben. Interessant. Ich kenne die überhaupt nicht. Auf Funkel kenne ich irgendwo ja den Namen. Aber... Und ich schaff's nicht. Ach, versuch's nochmal. Warte mal, ich mach noch die 100 Ails. Wenn man einem weiblichen Borstenwurm... Borstenwurm. Borstenwurm das Gehirn amputiert, verwandelt er sich in ein Männchen. Was lernen wir da, Rausch? Borstenwürmer sind scheiße. Sorry, warte, warte, warte. Mach das Ding wieder auf. Das ist jetzt kacke, du spring noch mal rüber, spring noch mal, warte, warte, mach das Ding zu hier. Spring gerade auf die andere Seite. Nein! Fuck! Ich will doch nur auf... Äh, wenn, jetzt schaff ich's nicht. Nimm den anderen, nimm den anderen, nimm den anderen, nimm den anderen Mann, sonst musst du hier wieder rüberspringen. Hier auf den Rechten, da hinten. Auf den... Äh, achso. Übel spät, guck mal, du bist gar nicht in der Ecke, du musst ganz in der Ecke dann losrennen. Du läufst ziemlich in der Mitte los. Da geht's um jeden Millimeter, ey. Ja, genau so. Ich hab's schon geschafft, Alter. Du wirst in die Wand noch. Egal, ich mach einfach mal weiter. Das Wort... Äh... Okay. Okay, okay, das Wort Onani stammt von der Figur Onan, der laut... Das wusste ich sogar. ...sein Samen auf die Erde fallen ließ, statt die Witwe seines Bruders zu ehelichen. Aha. Die Witwe seines Bruders. Warte, jetzt muss ich überlegen. Aha, okay, hab's kapiert. Okay, schon wieder was. Gelernt, ne? Also, man lernt hier echt... Ah, ich schaff das echt nicht mehr. Ja, super duper Lernkurse hier. Okay, kannst du kommen. Boah, ich find meine Gitter sehen richtig geil aus. Boah, schau mal in den Chat. Nee, lieber nicht, oh Gott. Mamma mia. Ich... Mamma mia. This is how a bed looked. Chillig. Verpackt oder so? Achso, achso. Das ist mal lustig, ey. So sahen Betten aus, im Ernst? Bist du auch schon unten? Was machst denn du? Oben rumbacken oder was? Hä, wie geht's denn hier runter? Alter, du hast ein schönes Ding da. Ach, da. Ach, da runter. Kuszt dir mal an. Also, wenn so echt Betten aussahen. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so lange dabei, aber wenn irgendeiner... Verdammt, das war jetzt schlecht. Wenn irgendeiner so lange dabei war... Dankeschön. Äh, bitte schreiben. Also, ich... Mich würde es echt... Das war... Boah. Mich würde echt mal interessieren, ob die echt so aussahen. Ach du, du kannst da nicht mehr springen. Oh, doch, doch. Hab nix gesagt. Oha. Oha. Okay, ich kann da nicht mehr springen. So schaut's aus. Ja, schreib grad rein, ob die echt so aussahen. Das würde mir echt interessieren. Oh, Checkpoint. Ey, du bist scheiße, dass du immer so vorränst. Ich hab mich nur in den Checkpoint gelegt. Hey, wo ist der Checkpoint? Da oben, oder was? Ja, da oben. Ah, ne, hier ist ein Checkpoint. Hä, der unten? Was ist denn das? Checkpoint! Hallo? Danke, dass ich auch rein darf. Und Ratzepü! Ja! Hab's mal wieder geschaffen. Jetzt sehen wir Max von innen. Max, ich muss dich enttäuschen. Komm, bis hol. So, jetzt geht's hier weiter. Hat's schon geklingelt? Nein. Wow, die Folge geht ja irgendwie geil rum. Also, also gut. Also, finde ich gut, dass es... Aber es klingelt gleich. Hä, was soll man jetzt hier runter, oder was? Da kann ich auch einfach springen, oder? The door is low. Ah, toll, toll, super. Na toll. Ey, warte, geh hier nicht runter, geh hier nicht runter. Alter Frau, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, gute Frau. Nicht runter gehen, oder wie? Da ist irgendeine Tür jetzt offen. Ich frag mich aber grad, wie ich da wieder hochkommen soll. Alter. Ach so, so. Als gute Frau, steh mir nicht den Weg rum. Hä? Hä? Aber da muss man doch runter. Nee, nee, ich hab hier doch ein... Jetzt hier, hier steht. The door there is now opened. Irgendeine Tür ist jetzt offen. Ich kann dir nur sagen, was hier steht. Ja, schön. Und diese Frau nervt mich. Alter, komm ich da nicht hoch, oder was? Geht das nicht? Wohl nicht. Jetzt mal ernst, wie soll ich das machen? Bin so blöd. Hä, ja, okay, jetzt sind wir beide Hunden. Wie kommst du da hoch? Ich raff's nicht. Das geht doch gar nicht. Oder? Oder bin ich jetzt einfach zu blöd? Aber das geht doch gar nicht, weil darüber dieser blöde Block ist. Okay, das wäre vielleicht intelligent zu versuchen. Aber du kannst doch gar nicht mehr springen, oder? Ah, warte, ich versuch's. Wir versuchen's einfach mal ganz kurz. Und hops, und... Ops, und es geht tatsächlich. Du bist echt... echt gar nicht schlecht. Hey, wie macht man das? Hey, was ist denn das für ein Gammel? Du musst so hin, und dann musst du ziemlich spät eben springen, drücken. Spark! Ziemlich spät, und dann eben immer da halt, auf der Seite halt, und ich... Ey, ich verkack's danach immer. Sorry. Ne, du musst rennen, und dann springen. Äh, das hat zwar eigentlich schon geklingelt. Das stört uns ja eh nie. Alter, kannst du mal diese Frau totschlagen? Hey, lass sie leben, lass sie leben. Die leidet schon genug unter uns. Okay, schlags. Willen die mich verarschen hier? Ey, ohne Witz. Okay, warte mal, ich versuch's jetzt noch einmal. Also, ich flieg noch einmal runter hier. Und dann hab ich keinen Bock mehr auf die Sch*** hier. Ne. Aber dann hab ich genug versucht. Okay. Also, von mir aus können wir aufhören. Ja. Oh, da, jetzt bin ich gerade nochmal oben. Alter, ich mach doch immer Doppelkack. Mensch. Alter. Ja, die Sprünge werden immer scheißiger nach oben hin. Alter, verarsche jetzt, oder bugt's gerade? Ne, es bugt doch eigentlich nicht, oder? Ne. Okay, jeder noch einmal, okay? Hä, was geht denn? Ach, fuck. So, ich leb noch, ich leb noch. Okay. Alter, wollen... Okay, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Ähm, danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Part geht's hier weiter mit neuen Nerven, hoffe ich mal. Und ich war... Ich mein, ich war schon da, also so schwer dürfte's nicht sein. Ähm. Wie immer. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn's euch gefallen hat. Und dann, beim nächsten Mal, wie gesagt, mit neuen Nerven, hoffe ich mal. Achtung, da musst du aufpassen, dass du nicht am Holzding hängen bleibst. Genauso. Ähm. Gut, also dann. Ja. Ich würde sagen, wir packen's mal. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Ciao.